Willkommen bei der Mitarbeiter-Hotline Corona der Uniklinik Freiburg und des Universitäts-Herzzentrums Freiburg Bad Krotzingen. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir Ihren Anruf leider nicht persönlich entgegennehmen können. Gerne stehen wir Ihnen täglich von 6 bis 22 Uhr persönlich zur Verfügung. In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an die Rufnummer 0761 270 333 33 des Universitäts-Notfallzentrums der Uniklinik. Vielen Dank und auf Wiederhören. Qualität, die man hört. Mit Telefonansagen vom MEDI Musikstudio.